Verpasse keine Wetttipps mehr und abonniere den Kanal. Oder komm in unsere Facebook-Gruppe Wettvorhersagen. Wenn du auf der Suche nach einem neuen Wettanbieter bist oder und uns unterstützen willst mit einem kleinen Trinken, melde dich bei diesem Wettanbieter an und wir erhalten eine einmalige Provision. Mehr dazu später. Herzlich Willkommen zur letzten Ausgabe der Bundesliga-Vorhersage in der Saison 2017-2018 mit Christian Kastoglian und Radek Vegas. Ich habe am 5. Bundesligaspieltag angefangen, jeden Spieltag zu tippen in der Bundesliga und jetzt ist diese Saison schon vorbei. Viele spannende Spiele und auch viele langweilige Spiele liegen hinter uns. Der FC Bayern hat sich zum 28. oder 29. Mal zum Meister gemacht. Aber die Frage aller Fragen, steigt der HSV jetzt wirklich ab zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins? Und schafft es unser neuer Wall-of-Famer-Dizer, Typhoon Korkut, mit so einem Selbstbewusstsein doch noch in die Euroleague? Ja, manche würden nicht sagen, steigt der HSV wirklich ab, sondern endlich ab. Ich bin da auch sehr gespannt. Ich glaube es irgendwie nicht, auch wenn viel, viel dagegen spricht, also gegen den HSV oder besser gesagt, viel spricht dafür, dass Wolfsburg ja wohl gegen Köln einen Punkt holen müsste und das würde eben reichen für den Nicht-Abstieg. Beziehungsweise für den Abstieg des Hamburger SVs. Und dann muss Wolfsburg in die Relegation und da wartet dann Holstein, Kiel und so weiter und so fort. Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Wir haben immer noch neun Spiele in dieser Saison zu absolvieren und in unserem internen Tippspiel steht es ja 6 zu 4. Es ist zwar schon entschieden gewesen, aber da zeigt sich dann tolle Moral, wenn man, auch wenn man keine Chance mehr auf den Gesamtsieg hat, dass man dann trotzdem noch in die Pedale tritt und sich den Tagessieg holt. Und wirklich in beeindruckender Manier, also vier exakt richtige Ergebnisse hattest du am 33. Spieltag. Und ich schätze, du bist natürlich jetzt heiß, so ein Kunststück nochmal zu absolvieren und dich gebührend aus dieser doch sehr für dich verkorksten Saison zu verabschieden. Verkorkst war es nicht. Im Sinne von Korkut, verkorkutz der Saison, oder? Verkorkutz, ja genau, weil der war wahrscheinlich der Auslöser, weil ich jeden Spieltag gegen ihn getippt habe. Egal, 34. Spieltag steht vor der Tür, lass uns tippen und ich versuche jetzt auch nochmal zu gewinnen, um den Druck in der nächsten Saison auf dich zu erhöhen. Ja, das wird spannend und wir haben natürlich auch für die WM einiges geplant, also wir gönnen uns da keine Sommerpause, beziehungsweise selbst aus dem Urlaub werde ich Videos für euch machen. Und fangen wir doch gleich mal an mit Mainz gegen deine Bremer. Was geht da? Hey, Mainz, jetzt wirklich zwei Spiele in Folge überragend quasi gegen Top-Teams, gewonnen gegen Leipzig, gegen Dortmund. Und jetzt kommt Bremen, die ja auch wirklich gegen Leverkusen stark einen Unentschieden geholt haben, auch gegen Dortmund beim letzten Heimspiel einen Punkt geholt haben. Und hier spricht doch sehr, sehr viel für einen Unentschieden, denn beide sind gut in Form. Beide werden nochmal Spaßfußball spielen. Ich hätte Ähnliches schon erwartet in Bremen gegen Leverkusen, da habe ich glaube ich 2-2 oder so gesagt oder auf jeden Fall auf ein torreiches Spiel getippt. Aber das Bremen in der letzten Woche ist nicht torreich. Von daher glaube ich, dass jetzt am letzten Spieltag doch nochmal die Bremer mal wieder treffen. 2-2. Finde ich auch gut, hatte ich schon im Kopf. Also, dass das Spiel unentschieden ausgeht, sehe ich ähnlich. Wenn man hier die Bremer Ergebnisse zuletzt anschaut, haben die aus diesen letzten vier Spielen gerade mal zwei Tore erzielt. Das ist 0,5 pro Spiel. In Mainz, die echt gut in Form sind, wird es aber schwierig. Also, wer denn Dortmund schlägt und Leipzig schlägt, der hat einen Lauf, das muss man so sagen. Deswegen bin ich da einfach ganz bitchy und gehe mit dem Trend und sage, Mainz gewinnt das auch mit 2-0, nur um mal wieder gegen Bremen zu tippen. Sorry, Freunde. Ne, in Wahrheit geht es 1-1 aus. Also, falls jemand da drauf tippen will, tippt 1-1, dann macht ihr wenig falsch. Aber ich muss ja ein bisschen auch gambeln und gegen dich tippen. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Dann schauen wir mal Hoffenheim-Dortmund. Das ist ja wirklich eine interessante Partie, da lohnt der Blick auf die Tabelle. Leider sind die Punkte abgeschnitten. Hoffenheim könnte nämlich mit einem Sieg von 2-Toren-Unterschied Dortmund noch überholen und würde dann Dritter sein. Gut, bringt im Endeffekt nicht viel, aber ist dann auf jeden Fall definitiv die Qualifikation zur Champions League, denn Leverkusen als Fünfter sitzt denen auch noch im Nacken. Also hier, Endspiel um die Champions League, muss man fast schon sagen. Jetzt interessiert mich natürlich, wie haben die Mannschaften zuletzt sich präsentiert, wenn ich es nicht aus dem Stehgreif weiß. Hoffenheim hat in Stuttgart verloren, obwohl Stuttgart eine rote Karte hatte. Nach einem so guten Lauf, den die Hoffenheimer hatten, war das schon ein ziemlicher Dämpfer, gerade gegen Stuttgart, wo eigentlich so ein bisschen Brisanz drin ist wegen... Derby. Ja, Derby ist jetzt zu viel gesagt, aber wenn Hoffenheim eine größere Tradition hätte, dann könnte man das als Derby bezeichnen. So wehrt sich Stuttgart immer dagegen, diesen Emporkömmling als Rivalen zu sehen und so. Dortmund selber in Mainz verloren, natürlich auch in Bremen Punkte gelassen. Zwei Spiele, wo ich wieder auf Dortmund, wo ich so blöd war und auf diese Dortmunder wieder mal gesetzt habe. Und gerade dann verkacken sie es wieder. Also diese Dortmunder in dieser Saison einfach zum Abgewöhnen. Deswegen kommt von mir jetzt einfach der Anti-Dortmund-Hasstipp. Hier 4 zu 0 für Hoffenheim. Oh, wenn Hoffenheim 4 zu 0 gewinnt und Leverkusen dann auch nochmal, vielleicht Hannover wegschießt, dann ist Dortmund gar nicht mehr in der Champions League. Ja, das ist sehr, sehr krass. Was jedem Wetter so geht, man lernt ja ganz, ganz selten aus der Vergangenheit und wir haben, glaube ich, in der Hinrunde wirklich viel mit Dortmund verloren und wir setzen trotzdem immer noch weiter auf Dortmund. Jetzt ja nicht. Und jetzt, dass du am letzten Spieltag endlich aus der Vergangenheit lernst, erd dich und mach dich auch zum verdienten Sieger dieses Tippspiels zwischen uns. Denn ich sage, Dortmund gewinnt 3 zu 1. Okay. Mein Tipp auch, dass Marc Uth mindestens ein Tor schießt. Der geht nächste Saison zu Schalke. Ist also doppelt motiviert, sich gut aus Hoffenheim zu verabschieden, bester deutscher Stürmer, bester deutscher Assistgeber zu sein und natürlich dann gleich mal auf Schalke gebührend empfangen zu werden als Dortmund-Vernichter. Das wäre natürlich was, weil du ja gesagt hast, du willst, dass Dortmund eigentlich in der Tabelle vor Schalke steht am Ende. Das ist leider nicht mehr möglich. Von daher, ja, Hut ab, Schalke, muss man fast sagen. Für diesen Zweitplatz, der allerdings meiner Meinung nach einfach nichts wert ist, so schlecht wie diese Mannschaften da hinten alle heuer gespielt haben. Sorry. Also da habe ich ja auch schon Kritik geerntet von einem User-Schalke-Fan, dass er sagt, Schalke steht verdient da. Ja, er steht verdient da, weil die anderen so schlecht sind. Aber seien wir uns mal ehrlich, das war wirklich keine besonders tolle Saison auch von Schalke. Und was mir auch auffällt, dass Schalke einfach immer ihre Jugendspieler verprellt. Die haben so eine krasse Jugendarbeit, wenn da alle noch spielen würden. Aber die gehen alle weg. Da kann man den Fehler nicht nur immer bei den anderen Mannschaften suchen, die mit dem Geld wedeln. Da muss man auch sagen, warum wollen die alle von Schalke weg? Angefangen von Manuel Neuer, über Sané, über Goretzka, Meier und so weiter und so fort. Draxler. Draxler, genau. Was das alles für krasse Spieler sind. Wenn Schalke da... Ja, selbst der Kapitän wurde da demontiert. Also das ist doch einfach ein Zeichen dafür. Schalke macht sehr viel falsch und trotzdem irgendwie noch mehr richtig als die anderen. Aber das war so das Wort zum Freitag oder Donnerstag. Ja, Leverkusen, Hannover. Was sagst du da? Ja, das finde ich auch ein sehr, sehr interessantes Spiel. Wir haben es davor schon uns angeschaut mit den Quoten. Die sind total verrückt, wenn man überlegt, wie Leverkusen die letzten Wochen aufgelaufen ist. Und auch, wie gut eigentlich Hannover jetzt gegen Berlin war. Ich sehe hier ein torreiches Spiel. Auch wieder, weil Hannover eigentlich kein Interesse haben dürfte, sich ordentlich hinten reinzustellen. Die werden eher nochmal so einen Spaßfußball zaubern. In der Tabelle sind sie auch im Niemalsland. Also ist denen wahrscheinlich egal, ob sie da jetzt gewinnen oder verlieren. Leverkusen spricht dagegen, dass sie jetzt einfach gewinnen müssen. Und die letzten Wochen eigentlich auch den zweiten oder dritten Platz locker hätten eintüten können. Aber gegen alle möglichen Teams aus allen Tabellenkonstellationen nicht gut abgeschnitten haben. Ich mache aber hier trotzdem den Favoritentipp. Und ich sage, dass über 4,5 Tore fallen. Und zwar, dass es 3,2 für Leverkusen ausgeht. Und aus Wettsicht finde ich so eine Handicap-Wette auf Hannover echt interessant. Also plus 1 oder 2 Tore, je nachdem, was die Quote da bei Hannover ist. Ich glaube nicht, dass Leverkusen das locker gewinnen wird, weil dafür haben sie einen Trainer, der die Mannschaft nicht erreicht, offensichtlich in den letzten Wochen. Ja, und was ist dein finaler Tipp? 3,2 für Leverkusen. Das ist vielleicht jetzt untergegangen. Aber ich glaube, dass Leverkusen das schon macht. Ja, die Quote ist auf jeden Fall value-haltig für Hannover, finde ich auch. Da hat sich Leverkusen in der Vergangenheit nicht mit Ruhm bekleckert. Aber das ist halt wieder so eine Sache, wenn man antizyklisch denkt, dann müssen die jetzt mal wieder einen raushauen, nachdem sie hier gegen Bremen eine Nullnummer abgeliefert haben, gegen Stuttgart kein Tor geschossen haben, gegen Dortmund auch keins geschossen haben. Drei Spiele ohne Tor. Und wenn man bedenkt, was die eigentlich für eine Offensivpower haben, die waren ja lange eigentlich so der gefürchtetste Sturm der Liga mit, wie sie alle heißen, Volland und so weiter. Also keine Ahnung, ob der jetzt bei der WM dabei ist, weil der hätte eigentlich die Möglichkeiten gehabt. Ja, Volland müsste schon dabei sein, klar. Also ist er mit Marc Uth einer der besten deutschen Stürmer, die wir haben. Aber Joachim Löw denkt da immer ein bisschen anders. Der wird wahrscheinlich Miro Klose reaktivieren und dann mit Gomez und Podolski einen Dreiersturm bilden. Weil die kennt er schon und verstehst du ja wahrscheinlich selber, bevor du jetzt mit fremden Leuten ins Trainingslager fährst, dann machst du es doch mit deinen Kumpels, mit denen du schon Weltmeister geworden bist und so weiter. Genau, weil du siehst ja auch im Hotel und so weiter. Oder beim Essen. Ja, da müssen das schon Freunde von dir sein. Und das, finde ich, macht der Löw schon auch korrekt dann. Und was willst du dann mit einem Kevin Volland? Mit dem kannst du dann vielleicht gar nichts anfangen und so. Der ist dann vielleicht ein bisschen zu modern oder zu jung. Ja, der neue Kevin Kurani quasi. Ja, sitzt dann nur immer Playstation spielen im Zimmer oder spielt Fortnite oder wie das heißt. Und naja, zum Spiel Leverkusen-Hannover denke ich auch, wird vielleicht ein bisschen enger als jetzt die Quote von 13 auf Hannover sagen würde. Hier ein Handicap mit 2,5 auf Hannover sollte noch eine gute Zweierquote haben, würde ich dann eintüten. Aber ich denke trotzdem, Leverkusen wird das mit 2 zu 1 machen, denn die können ja nicht jetzt hier sich im letzten Spiel der Saison, wenn es wirklich dann noch ums internationale Geschäft geht, dann wirklich so eine Blöße geben. Andererseits wäre es dann vielleicht ganz cool, vielleicht schmeißen sie dann wenigstens Heiko Herrlich raus. Das wäre dann wenigstens noch eine halbwegs gelungene Aktion von Tante Käthe. Tante Käthe war ja auch übrigens schon hier, glaube ich, an der Wall of Fame mal, oder? Ja, bei unserem ersten WM-Freundschaftsspielstudio. Genau. Dann Bayern-Stuttgart. Stuttgart, genau, da geht es eigentlich für ihn hier, für Tayfun Korkut, noch darum, dass er eine schon wirklich unfassbar gute Saison für Stuttgart noch vielleicht sogar veredelt. Stuttgart hat es damit selbst fast noch in der Hand, in die internationalen Plätze zu kommen, wenn man bedenkt, der wurde ja als Retter geholt. Die standen zwar nicht auf dem Abstiegsplatz unter Hannes Wolf als Aufsteiger, aber sie hatten einen Abwärtstrend, dann kam Korkut, der bisher bei seinen Vereinen alles andere als überzeugende Arbeit geleistet hatte, mit einem Punkteschnitt von 1, irgendwas. Und dann gewinnt der ein Spiel nach dem anderen mit dem VfB. Und sogar am letzten Wochenende gegen Hoffenheim, dann haben sie Leverkusen geschlagen, Bremen. Das sind alles Mannschaften, die ums internationale Geschäft in der heißen Phase der Saison waren. Von daher gegen Bayern, für die es um nichts mehr geht, die auch in der letzten Zeit eigentlich in der Liga keine starken Gegner hatten und nach dem Aus von Real Madrid schon eigentlich total mit der Saison abgeschlossen haben, sich jetzt nur noch mental auf das DFB-Pokalfinale vorbereiten. Ich könnte mir vorstellen, dass das da wirklich in die Hose geht. Und hier habe ich schon geschaut, hier werde ich auf jeden Fall eine Wette auf Stuttgart platzieren. Stuttgart plus 2,25 gibt nämlich eine Quote von 1,85 oder so bei 18 Bet. Und ich denke nicht, dass Bayern mit drei Toren Abstand auf keinen Fall gewinnt, mit zwei Toren, wenn es normal läuft. Aber ich denke nicht, dass es normal laufen wird. Schau dir die 15er-Quote an, das ist ja sehr ridiculous, sagen die Engländer. Also Stuttgart, die wurden oft genug in dieser Saison unterschätzt. Das passiert mir jetzt in dem Spiel nicht, aber natürlich sind das immer noch die Bayern. Deswegen hier ein 1 zu 1, vielleicht eher ein 2 zu 2, aber jetzt habe ich es schon hingeschrieben. 1 zu 1, das bedeutet Stuttgart 49 Punkte, Torverhältnis minus 3. Da müsste Frankfurt mit vier Toren Unterschied verlieren gegen Schalke. Und dann wäre der Korkut im internationalen Geschäft. Ja, vielleicht gewinnen sie auch. Sorry. Ich bin mir bei dem Spiel auch ganz, ganz unschlüssig. Weil auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, dass Stuttgart das sogar gewinnt. Auf der anderen Seite kann ich mir auch wiederum gut denken, dass die jetzt so den positiven Druck nicht verspüren, sondern eher so denken, hey, wenn wir gewinnen, schaffen wir es vielleicht. Und eher verkrampfen und wenn Bayern das erste Tor schießt, dass es dann ziemlich in eine Richtung geht. Und das ist auch meine Vermutung, dass Stuttgart übermotiviert ist, in den ersten 10 Minuten anrennt, Ulreich hält die Dinger und dann im Gegenzug macht, keine Ahnung, Tollysso oder wer auch immer, irgendjemand ein Tor. Und dann geht es dahin, schönes Wetter, Heimspiel, letztes Heimspiel der Saison. Der ein oder andere Spieler möchte sich vielleicht auch nochmal beweisen. Lewandowski will vielleicht auch nochmal zeigen, dass er doch nicht so ein sturer Kindskopf ist. Mistkerl. Genau, und von daher sage ich 5 zu 1 für Bayern. What? Ich glaube aber, dass deine Wette eine sehr, sehr gute ist mit dem Plus 2,5. Ja, ja klar. Mei, wenn Bayern 5 zu 1 gewinnt, kann man sagen, ja, war klar. Wenn sie es nicht tun, kann man sagen, Respekt. Aber gut, wird auf jeden Fall interessant. Ich sehe schon, wohin der Hase läuft. Deine Tendenz, immer sehr viele Tore am letzten Spieltag. Ich denke, da könnte man durchaus eine interessante Kombi-Wette auch damit basteln. Je nachdem, ob es halbwegs interessante Quoten dafür gibt. Aber Bayern, Stuttgart sollten schon mehr als zwei Tore fallen. Und bei den anderen, Mainz, Bremen, weiß ich jetzt nicht, aber bei, ja. Wahrscheinlich denken die Buch machen wir auch genauso. Und vielleicht ist es dann auch umgekehrt spannend, auf minus 2,5 oder minus 3,5 zu setzen. Gerade Mainz-Bremen ist ja eigentlich ein Spiel, was von der Konstellation nach Toren schreit. Aber in der Realität eher weniger fallen müssten, wenn die so spielen wie in den letzten Wochen. Weil auf der anderen Seite, warum sollten jetzt auf einmal die Bremer so anstürmen auswärts? Egal. Ich gehe mal weiter nach Gelsenkirchen, denn da spielt der FC Schalke 04 gegen die Eintracht aus Frankfurt. Letztes Spiel von Kovac. Wenn sie gewinnen, sind sie im internationalen Geschäft. Wenn sie verlieren, dann wird das ganz, ganz spannend. Aber die nachfolgenden Mannschaften aus Stuttgart und Gladbach haben auch Gegner, die es in sich haben. Also von daher spricht momentan viel dafür, dass Frankfurt international ist. Schalke ist ja so oder so schon auf dem zweiten Tabellenplatz. Aber warum sollten die jetzt nicht Vollgas geben gegen Frankfurt? Denn immerhin müssen sie sich noch revanchieren quasi. Die Revanche aus dem Halbfinalspiel gegen Frankfurt, das haben sie verloren. Das war eines der schlechtesten Spiele, die man sich, glaube ich, hätte anschauen können oder vorstellen können für so ein Halbfinale. Aber ich glaube, deshalb macht es Schalke jetzt besser und gewinnt das in typischer knappen Manier mit 2 zu 0. Ich merke schon, du bist im Tipp-Trainingslager gewesen. Das sind heute, so gut habe ich dich noch nie argumentieren hören. Normal argumentierst du immer mit Spielern, die seit 30 Jahren tot sind oder so. Ja, Marc, du nervt ja Marc. Aber man merkt schon, du hast hier einiges gelernt im Laufe der Saison. Ja, ich mag Schalke einfach nicht. Sorry, ich... Frankfurt mit Alex Meiers' Comeback ist natürlich eine geile Geschichte gewesen. Der hat irgendwie ein Jahr oder 350 Tage nicht gespielt. Mr. Eintracht Frankfurt wird eingewechselt und macht dann irgendwie in 4 Minuten oder 5 Minuten Spielzeit, macht er sein Tor beim Comeback. Wahnsinn. Und jetzt gegen Schalke, auf Schalke, da... Ja, das war halt vielleicht eine Ausnahme, nochmal das letzte Heimspiel für Frankfurt. Die waren davor schon grottig. Und ja, ich denke nicht, dass sie auf Schalke gewinnen können. Von daher hier nicht mal beide treffen, sondern 1-0, ja. Schwer zu sagen. Ja. Sehe ich hier nicht viele Tore irgendwie. Dafür sind die Mannschaften defensiv zu stark und offensiv irgendwie zu... Limitiert. Ja, limitiert vielleicht nicht, aber die sind einfach defensiv ausgerichtet und von daher muss die 0 erstmal stehen. Und wenn bei einem die 0 nicht steht, dann verliert er nochmal. Und so sehe ich das jetzt. Und Freiburg Heimspiel gegen Augsburg. Die Freiburger haben sich ja mehr oder weniger gerettet durch den Sieg am letzten Spieltag. Aber ich denke, wenn sie verlieren sollten und Wolfsburg gewinnen, könnte dann noch was anbrennen. Ich habe jetzt hier leider nicht die... Ja, doch, die Tore kann man sehen. Aber Freiburg hat nämlich sehr viel mehr Gegentore als Wolfsburg. Ja, also mit einer Niederlage ist Freiburg sehr wahrscheinlich in der Relegation. Ja, also sie haben den direkten Aufstieg abgewendet am letzten Wochenende. Aber die Relegation, die würde dann immer noch drohen. Und jeder weiß, Freiburg ist keine Relegationsmannschaft. Deswegen werden die das Spiel gegen Augsburg nicht verlieren. Warum? Weil auch Augsburg in den letzten Wochen nicht überzeugt hat. Sie haben in Augsburg gegen Schalke verloren, gegen Hertha 2-2, wo sie 2-0 geführt haben. Und gegen Mainz zu Hause 2-0 gewonnen. Damit ist dann halt auch der Pflichtsieg eingefahren gewesen. In Freiburg werden die Freiburger endlich mal wieder was reißen. Sie haben gegen Köln zu Hause gewonnen. Und ich denke, sie werden auch gegen Augsburg gewinnen. Aber wenn ich mir ehrlich bin, ist das so ein Spiel, das muss doch unentschieden ausgehen. Ein 1-1 oder 2-2 auch. Das ist wieder ein Spieltag, da sehe ich jetzt zum Beispiel, hier könnte man dann eine X-Wette machen. Auch bei Schalke Frankfurt könnte es X ausgehen. Bei Bayern Stuttgart habe ich zwar X getippt, aber würde ich jetzt hier nicht unbedingt reinnehmen. Bremen. Bremen, auf jeden Fall. Habe ich ja eigentlich nur nicht X getippt, weil du es schon hattest. Also da gibt es schon viele Spiele, wo ich auf den ersten Blick eigentlich sagen würde, das könnte man auch in eine 2-4er-X-Kombi machen. Taktisch denke ich, dass Freiburg oder der Christian Streich die Freiburger so ausrichtet, dass die gleich in die Offensive gehen werden, anlaufen werden. Denn es geht jetzt in 90 Minuten tatsächlich um den Klassenerhalt. Und das möchte er, glaube ich, nicht durch eine Defensivschlacht irgendwie passiv angehen. Also ich glaube wirklich, dass die Freiburger ihr Heil in der Offensive suchen. Augsburg hat auch eine anfällige Defensive. Mein Spielverlaufsidee war, dass es 2-0 ganz, ganz schnell für Freiburg steht. Am Ende macht dann aber noch Augsburg den Anschlusstreffer, dann noch das 2-2. Finn Bogason, der hat da irgendwie schon fünf Tore in der 90. oder so oder später geschossen. Dann wird es nochmal so drei, vier Minuten Gezittere für die Freiburger und dann feiern sie den Nicht-Abstieg. Und ich hätte jetzt auch 2-2 getippt, macht es aber aus opportunistischen Gründen nicht. Genauso wie du bei Mainz gegen Bremen sage ich dann dafür, dass Freiburg 2-1 gegen Augsburg gewinnt. Ja, wäre auch mein erster Gedanke gewesen. Aber irgendwie schreit dieses Spiel dort nach einem Unentschieden. Aber gut, dann Hamburg-Gladbach. Hamburg gegen Gladbach. Hamburg ja wirklich enttäuschend in Frankfurt, obwohl sie da zwei Tore geschossen haben, die dann per Videobeweis nicht gegeben worden sind. Also total verrückt. Und eigentlich wird ja Hamburg ganz gerne unterstellt, dass sie immer bevorteilt werden, was Schiedsrichterentscheidungen angeht. Die letzten Jahre, man denke an die Relegationsspiele, wo sie eigentlich schon weg vom Fenster waren. Dann gab es nochmal mehr Minuten Nachspielzeit, bla bla bla. Jetzt geht es gegen Gladbach, für die geht es ums internationale Geschäft. Denn die werden sich auch ausrechnen können. Stuttgart gewinnt wahrscheinlich nicht in München. Frankfurt wird es ganz, ganz schwer auf Schalke haben. Und mit einem Sieg sind wir auf einmal wieder international vertreten. Und das war vor ein paar Wochen sogar mein Tipp, dass die das noch schaffen. Und die Hamburger sind von der Einstellung, von der Moral sicher gut dabei. Und die werden sich am Ende des Tages nicht ärgern müssen, weil Wolfsburg eh den entscheidenden Punkt geholt hätte. Von daher glaube ich, dass es wirklich hier wieder nochmal 0 zu 3 wird. Dass Hamburg gar kein Tor schießt, glaube ich gar nicht. Also die werden wieder natürlich ihr obligatorisches Holtby-Tor haben. Und ja, da schlagen jetzt irgendwie zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits das Herz, das Hamburg hasst und sagt, die müssen seit fünf Jahren eigentlich schon in die zweite Liga. Das andere Herz, das für die großen Comebacks in der Sportgeschichte schlägt und sagt, am Ende kackt die Maus. Oder wie heißt das? Kackt die Hände. Am Ende kackt die Hände. Ja, und deswegen abgerechnet wird dann nach dem 34. Spieltag. Und wenn man die letzten Spiele von Hamburg sieht, mit Ausnahme des 33. Spieltags, wo sie ja dann 3-0 verloren haben in Frankfurt, weil es ja eigentlich so ein Zwischenspiel war. Ja, jetzt geht es wirklich um die Wurst wieder mal. Und ja, ich glaube nicht, dass sie das Gladbach aus besagten Gründen, weil die eben auch noch irgendwo ins internationale Geschäft kommen könnten. Die werden wahrscheinlich schon ihr A-Game aufrufen. Aber ich glaube auch, dass Hamburg alles einfach gibt. Und am Ende, ja, hat es nicht sollen sein. Und es geht runter. Für den HSV nach 54 Jahren kriegst du gar ein Kloß im Hals. Naja, aber wie gesagt, selten war ein Abstieg so verdient dann, wenn man das über die letzten Jahre sieht. Hertha und, ja gut, Hamburg, die steigen halt dann auch sofort wieder auf. Und wenn sie es halbwegs geschickt machen wie Köln, dann ist das vielleicht auch was, woraus der Verein dann stärker hervorgehen kann. Aber gut. Das Gleiche. Köln ist ja hin und wieder schon öfter Fahrstuhlmannschaft gewesen, aber Stuttgart hat eigentlich nur den Cut zu einem besser aufgestellten Kader durch den Weg in die zweite Liga geschafft. Aber jetzt sind wir bei Hertha gegen Leipzig, sorry. Ja, stimmt. Stuttgart ist da ein gutes Beispiel. Und, ja, mal schauen, wie es für die dann nächstes Jahr weitergeht. Ob die das Niveau halten können oder ob der Korkut-Effekt, ob das dann wirklich nur in so Krisensituationen funktioniert oder ob er dann auch mit einer Philosophie hier die Stuttgarter erreichen kann. Hertha gegen Leipzig. Oh, Hinspiel war eine große Überraschung. Ich habe ihn natürlich auf Leipzig gesetzt gehabt, als Hertha da gewonnen hat mit 3 zu 2, wie auch immer mit roter Karte. Das war schon so ein bisschen der Anfang vom Ende für Leipzig, die auch irgendwann in der Vorrunde mal Zweiter waren, dann auch mal Bayern München geschlagen haben zu Hause. Und, ja, jetzt im Endeffekt haben sie ein Torverhältnis von 51 zu 51, stehen auf Platz 6 als Vizemeister. Denen ist einfach extrem die Puste ausgegangen zum Ende hin, weil sie eben lange in der Euroleague vertreten waren und das nicht so gewohnt waren und dann auch in der Bundesliga mit Verletzungspech zu kämpfen hatten. Und pipapo, da war der Erfolg vom letzten Jahr einfach nicht zu konservieren. Trotz starken Spielern und eines Super-Trainers, der aber jetzt vielleicht in der Kritik steht. Deswegen Endspiel auch für Hasenhüttl. Wenn der dieses Spiel verlieren sollte und Leipzig aus den internationalen Plätzen rutscht, dann munkelt man, wird er nächstes Jahr nicht mehr Leipzig-Trainer sein, denn da versteht ein Ralf Rangnick auch keinen Spaß. Und gegen Hertha ist so eine Sache, die gerade, für die geht es ja auch eigentlich um nichts mehr. Aber dann haben die jetzt in den letzten Spielen doch echt einigermaßen gut gespielt, wenn man hier sieht, sie haben zwar in Hannover 3-1 verloren, aber gegen Augsburg waren sie 2-0 hinten und gewonnen. Gegen Frankfurt haben sie gegen schwache Frankfurter gewonnen, gegen schwache Kölner gewonnen. Ja gut, Hertha ist so eine Mannschaft, die tritt gerne auf Leute ein, die am Boden liegen. Von daher haben sie diese Spiele gewinnen können gegen schwache Gegner. Wenn dann ein starker Gegner käme, würden sie es schwer haben. Aber ist Leipzig ein starker Gegner, gegen Wolfsburg 4-1 zu gewinnen, ist glaube ich jetzt nicht so die Messlatte. Ganz schwieriges Spiel auch. Ich traue Leipzig einfach nicht mehr über den Weg, ähnlich wie Dortmund. Und deswegen 2-1 für Hertha. Sehr, sehr spannendes Spiel. Ich habe jetzt währenddessen noch mal kurz die Torverhältnisse angeschaut. Im schlimmsten Fall kann Leipzig noch auf den achten Platz rutschen und dann gar nicht international spielen. Wenn es aber wirklich gut läuft, sind sie auf einmal in der Champions League. Dazu müssten Dortmund gewinnen und Leverkusen nicht... Nicht, Punkt. Ja, genau. Mit Unentschieden ist Leverkusen sicher vor Leipzig. Also, das ist auf jeden Fall möglich. Ich glaube auch und ich kann es nicht verstehen, warum Hasenhüttl da so in der Kritik ist. Man ist natürlich nicht so nah dran, was da auch zwischenmenschlich passiert und so weiter. Aber man hört ja wirklich viel Schlechtes oder dass er eher nicht mehr Trainer sein wird nächste Saison. Dabei passt er eigentlich wirklich gut zu dem Verein. Und was für ein Trainerkaliber wünscht sich dieses Team? Sie können eigentlich nur No-Name nehmen, weil ein großer Name wird sich das nicht antun, weil Rangnick ja doch so diktatorisch unterwegs ist. Schwierige Sache. Ich sehe das Spiel, ich sehe Hertha auf dem gleichen Niveau wie Hannover. Und da hat Leipzig doch dann relativ souverän in Hannover gewonnen. Ich glaube 2-1 oder 3-1 oder so. Und ähnlich sehe ich es jetzt auch. Also ich mache einfach den Favoritentipp 1-2 aus Sicht von Berlin, weil Leipzig einfach individuell klar besser ist. Das bringt mich zum nächsten Verein, der auch ganz klar individuell eigentlich sehr gut dastehen könnte. Und trotzdem absteigt. Als letzter. Obwohl sich solche tollen Spieler wie Horn, Hector und wie heißt der andere mit H? Hat 3 Sekunden gedauert, aber jetzt habe ich es kapiert. Helmes ist es nicht. Na egal, die 3 Hs haben verlängert. Hector, Horn und... Auf jeden Fall ist Markus Anfang da jetzt Trainer. Oh ja, den kennt ja auch keiner. Ja, das stimmt. Jein. Also als Spieler habe ich ihn schon gekannt. Und als Trainer hat er immerhin Kiel hochgeführt. Vielleicht. Wie dem auch sei, Wolfsburg hat es genauso wie Hamburg verdient. Und du hast ja vorhin gesagt, irgendwie mag man diese großen Comeback-Stories und irgendwie ist es dann schon fast lustig, wenn Hamburg es noch schaffen würde, nächstes Jahr dann wieder die ersten 5 Spieltage gut dasteht und dann vom internationalen Geschäft redet und dann wieder ganz unten sind. Dann holen sie vielleicht... Ich meine, selbst wenn die wieder neue Trainer holen würden, die müssen ja irgendwann mal wieder den gleichen nehmen. Weil so viel gibt es gar nicht auf dem Markt. Und Wolfsburg hätte es genauso verdient, abzusteigen. Denn die bringen jetzt wirklich nicht so viel, sei es... Ja, es ist halt auch so ein Retortenfeind. Also, ich glaube nicht, dass Köln die individuelle Klasse hat, um Wolfsburg wirklich zu gefährden. Ich glaube auch nicht, dass jetzt Wolfsburg frei aufspielen wird. Das geht entweder 1-0 oder 0-0 oder 1-1 aus. Auch hier würde ich, denn ich möchte auch den Spieltag gerne im Plus abschließen, gehe ich eher auf den Favoritentipp. Denn warum sollte zur Hölle nochmal Wolfsburg das Spiel nicht gewinnen? So dumm kann man gar nicht sein. 1-0, ein totales Gewirge für Wolfsburg. Ja, Fußball ist halt alles andere als eine Intelligenzsache. Von daher kann Wolfsburg, finde ich, schon so dumm sein, das Spiel zu verlieren, wenn man sieht, wie die in den letzten Spielen gespielt haben. Also hier zwei Mannschaften, die in den letzten Wochen nichts gerissen haben. Wolfsburg in Leipzig 4-1, 3-1 gegen Hamburg, 3-0 gegen Gladbach. Und dieses entscheidende Spiel fast schon gegen Hamburg, 3-1 zu verlieren, und das war ja die Bankrotterklärung vom Pfaffel Wolfsburg. Deswegen Hamburg derzeit stärker in Form. Wolfsburg seit langem auf dem absteigenden Ast, könnte man sagen, seitdem Labbadia da ist, das war der Todesstoß. Denn unter dem haben sie, glaube ich, ein Spiel gewonnen. Und ja, Rettung sieht anders aus. Ich habe auch irgendwo gelesen, bei Wumms, das ist so eine Facebook-Seite mit lustigen Fußball-Zitaten oder lustigen Fußball-Posts, und die haben geschrieben, Mission Labbadia HSV retten beim Pfaffel Wolfsburg. Und das könnte ihm zum zweiten Mal gelingen, dann bauen sie den in Hamburg, bauen sie dem eine Statue auf. Ja, warum soll Köln gewinnen? Du hast recht, die waren natürlich auch alles andere als stark, vor allem in den Spielen, in denen sie sich selber nochmal am Schopf aus dem Sumpf ziehen hätten können. Ich habe sie ja letzte Woche gegen Bayern gesehen, in voller Länge, und sie haben 1-0 geführt, und hätten das auch nicht unbedingt verlieren müssen. Da haben schon andere Mannschaften schlechter ausgesehen gegen Bayern, die wesentlich besser in der Tabelle dastehen. Beispiel Dortmund oder auch Leverkusen. Von daher will ich einfach, dass Köln gewinnt. Und wenn ich jetzt hier auf Wolfsburg tippe und Wolfsburg gewinnt, dann kriege ich 0,6 Einheiten. Wenn ich auf Köln tippe und die gewinne, würde ich 4,5 Einheiten plus machen. Der Glaube daran fehlt mir allerdings natürlich auch. So, warum sollte Köln Wolfsburg schlagen wollen und da nochmal am letzten Spieltag alles geben? Das würde ja schon an Wettbewerbsverzerrung grenzen. Ja, aber wir steigen ab, wir kommen nie wieder. Wir haben Bruno Labbadia, eines meiner liebsten Sperngesenen. Ja, aber das Problem ist halt auch, wenn Labbadia, wenn die da verlieren sollten. Labbadia hatte eine Kölner Vergangenheit. Der hat ja in Köln gespielt lange Zeit. Da hat er mit Toni Polstein, der ist der genialsten Sturmduos der 90er Jahre, gebildet. Und der würde, ja gut, der kann in Köln natürlich schon gewinnen. Der tut denen ja damit nicht mehr weh. Schwierige Nummer, schwierige Nummer. Hm, was machen? Was machen? Also ich tippe nicht auf Wolfsburg, das hast du schon gemacht. Das ist nur die Frage, Unentschieden oder Sieg Köln? Da der Schritt zum Unentschieden dann geringer ist und nur ein Unterschied wäre zu dir, einfach hier das Unentschieden. Aber im Endeffekt, ja, es ist der letzte Spieltag. Wir haben viel geredet. Und wir haben auch, also ich zumindest bin extrem unsicher, sieht man meinen Tipps schon. Deine Tipps sind gar nicht schlecht, denke ich. Deine sind auf jeden Fall, ähneln sich. Ja, ja. Weil im Endeffekt, ob ich jetzt 3-1, 4-1 tippe, es geht ja nur drauf raus, wer dieses Spiel gewinnt oder Unentschieden oder so weiter. Ja, im Endeffekt, letzter Spieltag kann und wird viel passieren. Jedenfalls saugeil, das sich nochmal in der Konferenz reinziehen zu können. Alle neun Spiele an einem Tag und alle Entscheidungen gleichzeitig. Also das wird doch ein schöner Samstag. Ich freue mich riesig. Wir werden danach bestimmt auch nochmal, haben wir ja schon vor, in der Woche drauf oder so, nochmal einen Stream machen, wo wir alles Revue passieren lassen, was uns hier in der Bundesliga-Saison widerfahren ist. Auch danke für euren Support, die Likes. Jetzt schauen wir mal, ob ich nochmal zum 6-5 komme oder du mit 7-4 mich deklassierst. Auf jeden Fall neun Spiele zur gleichen Uhrzeit. Auf diesen Samstag freue ich mich echt, auch wie schon letzte Woche. Dann bis dahin und schönen letzten Spieltag. Dann bis dahin und schönen Tag. Dann bis dahin und schönen Tag. Vielen Dank.